Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei der Auflösung des Gewinnspiels. Nachdem es jetzt gefühlte 10 Millionen Jahre gedauert hat, sämtliche Kommentare hier einzufügen, werde ich gleich den Gewinner auslosen und direkt im Anschluss den Alternativgewinner, falls der Gewinner es nicht schafft, sich in den von mir vorgegebenen Zeitrahmen, die ich noch erwähnen werde, zu melden. Ja gut, ich habe jetzt hier alle eingegeben, die es irgendwie geschafft haben, kenntlich zu machen, dass sie mitmachen wollten. Da es ungefähr ein Viertel irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat, Hashtag 1000 Abos hinzuschreiben, habe ich selbst alles gelten lassen, was nur ich will haben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 111 beinhaltete. Und alle, die so überhaupt gar nicht, wo nicht erkenntlich war, dass sie irgendwie teilnehmen wollen, die habe ich auch nicht reingepackt. Tja, auf jeden Fall drücke ich jetzt hier auf zufällige Ermitteln und hoffe, dass nicht irgendwelche komischen Sonderzeichen drin sind, wo das Programm dann sagt, nope, das will ich nicht, das wäre ziemlich dämlich. Und es hat gewonnen, Mr. Chili hat gewonnen. Ja, super, herzlichen Glückwunsch zum GT04. Und er soll sich melden bis, ja, ich sag mal bis, ja, bis heute in einer Woche. Falls er das nicht getan hat, gewinnt Zockerboy 2000. Ja, da, mal sehen, hoffentlich meldet er sich, wenn nicht, kann sich halt der Zweite genauso freuen. Der Zweite wird sich wahrscheinlich denken, hoffentlich meldet er sich nicht. Aber im Großen und Ganzen war es das schon. Nochmal danke für eure Teilnahme, es haben wirklich zu viele teilgenommen. Ich glaube, am nächsten Mal kann ich das nicht mehr in dieser Art machen, weil es hat über eine halbe Stunde gedauert, die da alle reinzukopien und pasten. Ich weiß, es gibt irgendwie Programme, aber ich habe gehört, die sind nicht zuverlässig und erfassen irgendwie nur die letzten 100 oder so. Und das würde ja bei mir nicht mal mehr gehen. Oh Gott, es sind so viele. Ja, auf jeden Fall hat sich ja schon, während ich das Gewinnspiel gemacht habe, schon wieder was getan. Schon wieder, auch gerade schon wieder 129 Abonnenten mehr, sollte ich das Gewinnspiel gemacht haben. Boah, geht gerade ziemlich. Naja, heute wird auf jeden Fall dann noch ein Review kommen von einem Gehäuse. Und dann in den Wochen danach irgendwann, also dann noch ein Review am Wochenende zum Gehäuse wieder. Und dann die Wochen danach wieder so eine dreiteilige Serie im Stile meiner ARM1-Reihe mit einem anderen PC. Könnt ihr darauf gespannt sein. Gut, das soll es dann auch erstmal gewesen sein und bis zum nächsten Video.